Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wir befinden uns in den letzten zehn Tagen des Ramadans, alhamdulillah. In einer Nacht dieser zehn Tage befindet sich die Nacht der Bestimmung, also die Laylatul Qadr, die besser ist als tausend Monate. So ist es genau jetzt an der Zeit, uns wie unser Prophet alaihi salatu wassalam noch mehr zu bemühen, als in den anderen Tagen des Ramadans. Jetzt ist es auch an der Zeit, falls natürlich möglich, sich für den Irtikaf in die Moschee zurückzuziehen und sich intensiver mit Gottesdiensten zu beschäftigen. Außerdem sollte man sich bemühen, zum Sahur-Essen aufzustehen und das Tehachud-Gebet zu verrichten und sich natürlich an Allah Azza wa Jalla zu wenden. Aber mit welchen Worten sollten wir uns denn an Allah wenden? Genau diese Frage stellte sich Aisha radiallahu ta'ala anha mit folgenden Worten. Sie sagte, Kannst du mir bitte sagen, was ich sagen soll, sollte ich wissen, welche Nacht die Nacht der Bestimmung ist? Unser Prophet alaihi salatu wassalam antwortete mit folgenden Worten. Wir danken Aisha radiallahu ta'ala anha, dass sie diese Frage gestellt hat, von deren Antwort wir heute noch profitieren. So lassen wir uns gemeinsam in diesen letzten Tagen des Ramadans, Tag für Tag und vor allem in den Nächten, wenn wir zum Tehachud-Gebet aufstehen, dieses Bitt-Gebet sprechen mit folgenden Worten. Allahumma inneke aafu'un, tuhibbul affe, faafu'anni, amin, walhamdulillahi rabbil alameen. Ich frage, dass die Gäste geimpften, die Nächte geimpften oder geimpften, mit folgenden Wortenarnos, das war die Gäste geimpften oder die Gäste geimpften, die in Hohenbeidung aufstehen. Es sch nächster wie keine Gäste, über die Gäste geimpften, aber wie ein Hohenbeidung aufstehen. So wie ein Hohenbeidung wurde, was sie dann schon auch zur Welt in Nächten schnuss,